Warum bist denn du eigentlich Nanny geworden? Ach Kinder, die sind einfach so knuffig. Und wieso hast du dann keine eigenen? Hat sich nicht ergeben. Weil du unfundbar bist? Kannst ja nichts dafür. Wahrscheinlich wollte dich einfach keiner bumsen. Das war die vierte Nanny in drei Monaten. Ich stelle gerne für euch die besten Leute an. Du wirst eh niemanden finden. Wetten doch. Wetten nicht. Wetten doch. Wetten nicht. Wetten nicht. Ich will seit Jahren mit dem reden. Der ist nie da. Bestimmt nicht. Ja, das stimmt. Du hast nie Zeit. Wir sind keine Familie. Können wir jetzt endlich dieses verpickte Scheißflos zu Ende bauen? Gott, sie sei unhässlich. Das ist meine Tochter. Oh, das tut mir leid. Winnie entschuldigt sich. Bin ich immer bei ihrem Vater? Und ich bin die Mutter, du Wichsbröner. Willkommen in der Hölle-Gollung. Willkommen in der Hölle-Gollung. Deine Guerra-G webinar. Willkommen in der Hölle-Gollung. Bitte empf Chrледsoe. Deruition macht es auf patter Masch. Als Sch sheriff ist eine Seele-Ganade.